Musik Autos sind da, Fahrer sind da, Hilfe auch, Fahrer und Helfer, Achtung! Wir starten innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Start! Auch im hinteren Teil da, vernünftig miteinander. Stürzte Rennrunde gefahren von Valentin, 12.01 Uhr. So, es führt der Lars vor dem Daniel, dann dem Kevin und dem Steffen. Musik Das war es 3,5 Stunden. Witzig percentile Nächste Runde, jetzt gefahren vom Führer an den 12.0. Nächste Runde, jetzt gefahren vom Führer an den 12.0. Nächste Runde, jetzt ein Vorsprung von 3,6 Sekunden, auf den Daniel, auf 3, Kevin Sparbier, 4, der Oliver Nick, Franke, Steffen Reinburger, der Valentin. Fahrzeit noch, 4 Minuten 30. Fahrzeit noch 4 Minuten. . Die Fahrzeit noch drei Minuten. Es führt die Eins vor der Vier, der Fünf, der Zwei, der Sechs, der Drei, der Sieben, der Acht. Da ist er ein Vorsprung, ist angewachsen auf 6,3 Sekunden. Vorsicht, da steht ein Auto mitten im Feld. Das ist ein Ballenteam, sein Auto, das hat sich geabschiedet. Fahrzeit noch zwei Minuten zehn. Es führt die Eins vor der Vier, der Fünf, der Zwei, der Sechs. Das ist ein Rennrunde. Und dann weiter vom Lars, 12,0. Der Daniel fährt eine 12,3. 12,3 fährt auch der Kevin. 12,2 fährt der Uli. Fahrzeit noch 1,30. Daniel, sieben Sekunden Rückstand auf den Lars. Eine Minute noch. Das ist ein Rennrunde. 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 Schluss, Rennrunde weiter, Lars, 12-0. So, der Lauf ist hin. Gewonnen hat den Lauf Lars vor Daniel, Kevin, Olli, Steffen, Dennis, Tobias, Fabian und Erik. Ausgefallen war der Valentin.